Deutschland, den Deutschen geht es gut, das ist sicherlich relativ gesehen richtig. Aber auch bei uns klafft die Schere zwischen Arm und Reich seit Jahrzehnten. Wie sehr, darüber schreibt der Journalist und Blogger Jens Berger. Sein Buch »Wem gehört Deutschland? – Die wahren Machthaber« und das Märchen vom Volksvermögen hat Johannes Kulms gelesen. Wem gehört Deutschland? Mir gehört es nicht, aber ich gehöre dazu. Wem gehört Deutschland? – So lautet der Titel des neuen Buches von Jens Berger. Der ist vor allem als Blogger und Autor bekannt geworden. Er schreibt regelmäßig für das Portal »Nachdenkseiten.de« und ist Herausgeber des Blogs »Spiegelfechter«. Wem gehört nun Deutschland, Herr Berger? Also den reichen Familien gehört Deutschland im Grunde. Doch die Frage ist eher Ausgangspunkt als Leitmotiv des Buches. Berger möchte vor allem eines untersuchen. Wie sind Besitz und Vermögen in Deutschland verteilt? Und wie wirkt sich diese Verteilung aus? Im Nachkriegsdeutschland habe sich bis in die 80er Jahre die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter geschlossen. Doch mittlerweile klaffe sie so weit auseinander wie in keinem anderen Land der Eurozone, schreibt Berger. Und diese Entwicklung höre nicht auf. Vermögen werden in Deutschland in der Regel nicht erarbeitet oder gar zusammengespart, sondern ererbt. Der Unterschied zwischen Arm und Reich entscheidet sich also meist beim Spermalotto. In einer Gesellschaft, die in ihren Sonntagsreden stets viel Wert auf Chancengleichheit legt, ist dies ein seltsam anmutender Anachronismus. Und weiter? Wer Vermögen besitzt, hält auch den Hebel in der Hand, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen und die politische Debatte zu lenken. Dass Geld oft auch Einfluss bedeutet, ist wahrlich keine neue Erkenntnis. Und soziale Gerechtigkeit und die Diskussion über höhere Steuern für Vermögende waren wichtige Wahlkampfthemen im vergangenen Jahr. Doch jenseits solcher Allgemeinplätze lohnt sich die Lektüre, denn der Autor stellt beeindruckende Rechnungen auf. Das Vermögen der 80.000 wohlhabendsten Deutschen ist 16 Mal so groß wie das Vermögen der unteren 40 Millionen Deutschen zusammen. Das Vermögen der 800.000 wohlhabendsten Deutschen ist fast genauso groß wie das Vermögen der übrigen 80 Millionen. Die untersten 20 Prozent der Bevölkerung besitzen überhaupt kein Vermögen. Bergers Buch steckt voller Zahlen, die zeigen, wie Besitz und Vermögen in Deutschland verteilt sind. Er dröselt auf, wie die Betriebsvermögen und die Kontrolle der großen deutschen Unternehmen in den Händen von einigen wenigen liegen. Und im Hintergrund sind oft große internationale Finanzkonzerne tätig, deren Namen kaum in die breite Öffentlichkeit gelangen. Berger hat mühsam recherchiert, denn verlässliche Daten geradezu den Vermögens in dem Land zu erhalten, sei schwierig, moniert er. Als ein Beispiel verweist er auf das Statistische Bundesamt, dessen alle fünf Jahre durchgeführte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Bundes und der Länder berücksichtige keine Haushalte mit einem Nettoeinkommen von über 18.000 Euro. Mit der Begründung, diese seien statistisch nicht relevant. Doch ohne diese Angaben sind kaum belastbare Aussagen über die Verteilung von Vermögen in Deutschland zu machen, argumentiert Berger. Es ist eine Schande, dass der Staat nicht das geringste Interesse daran hat, mehr über die Vermögensverteilung in Deutschland zu erfahren. Wie will der Gesetzgeber sich dem Problem der Verteilungsungerechtigkeit stellen, wenn er zu diesem Thema über gar keine Zahlen verfügt? Da liegt der Verdacht nahe, dass die Blindheit von Ämtern und Staat gewollt sein könnte. Gerade unter Gerhard Schröders rot-grüner Regierung habe es viele Reformen bei Steuergesetzen gegeben, die das Eigentum der Wohlhabenden auf Kosten der Geringverdiener mehrten. Als Beispiel für eine solche Umverteilung von unten nach oben nennt Berger die Kapitalertragssteuer, die unter Kanzler Kohl noch 53 Prozent betrug und bis heute auf 25 Prozent gesenkt wurde. Also im letzten Jahr haben beispielsweise die zehn reichsten Familien Deutschlands zusammen 2,4 Milliarden Euro nur an Dividenden kassiert. Und wenn diese Dividenden noch halb so hoch besteuert werden, ist das natürlich eine staatliche Bezuschussung, Subventionierung der Wohlhabenden, so möchte ich es ausdrücken. Egal ob bei den Vermögensanlagen, Immobilien, beim Gesundheitswesen oder der Altersvorsorge. Überall haben neoliberale Weichenstellungen unsere Gesellschaft umgekrempelt, schreibt Berger. Er meint, wer nicht viel hat, hat es schwer. Und wer viel hat, der steht nun noch besser da. Das Buch ist ein Weckruf an jene, die sich an die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich gewöhnt haben. Auf den letzten Seiten erhebt Berger gar 16 Forderungen zur Umverteilung. Vermögen soll er endlich verlässlich erfasst, Steuerstopflöcher gestopft und die Hartz-IV-Gesetze zurückgenommen werden, heißt es unter anderem. Zu radikal? Mitnichten, sagt Berger, unter Verweis auf die deutsche Geschichte. Beispielsweise 1952, da gab es in Deutschland ein Lastenausgleichsgesetz, das war eine Vermögensabgabe, bei der die Superreichen mit bis zu 50 Prozent ihres Vermögens besteuert wurden. Einmalig, also eine echte Vermögensabgabe. Heutzutage unvorstellbar, das wäre heute wahrscheinlich Sozialismus pur. Das Gesetz zur Vermögenssteuer ist ja auch immer noch in Kraft. Es wird nur nicht mehr, das ist glaube ich auch eine Einmaligkeit, dass ein Gesetz, das in Kraft ist, dass es vom Gesetzgeber nicht mehr angewandt wird. Also es wäre schon ein ganz einfacher Schritt, einfach das Gesetz zur Vermögenssteuer, das vorhanden ist, einfach wieder anzuwenden. Was Jens Berger sagt und schreibt, ist längst nicht alles neu. Und manche Formulierung ist ihm etwas platt geraten. Wem gehört Deutschland? Die vollständige Antwort kann das Buch nicht liefern. Doch es gibt lesenswerte Anstöße zur Klärung dieser Frage. Resümiert Johannes Kulms. Er las für uns das Buch Wem gehört Deutschland? Die wahren Machthaber und das Märchen vom Volksvermögen. Geschrieben hat es Jens Berger. Erschienen ist es im Westend Verlag. 256 Seiten, 17,90 Euro.